Harz und Herzlich, Carsten und seine neue Partnerin Antje schweben auf Wolke 7. Gemeinsam sinnieren sie über alte Zeiten. Der Rostocker berichtet von einem Hochzeitspazzer. Rostock Groß-Klein, ein vielschichtiger sozialer Brennpunkt. Die RTLZWI Sendung, Harz und Herzlich, taucht tief in die Alltagssorgen, Ängste und Probleme der Bewohner ein. Viele von ihnen kämpfen mit finanziellen Engpässen und sind auf Bürgergeld angewiesen, was oft mit Vorurteilen behaftet ist. Ein Protagonist, der diese Realität nur zu gut kennt, ist der vierfache Vater Carsten. Harz und Herzlich, auf RTLZWI TV-Liebling Carsten hat vier Kinder, Sohn Jusay musste operiert werden. Seit 2017 gewährt Carsten einen Einblick in sein Leben bei, Harz und Herzlich. Der engagierte Familienvater hegt eine Leidenschaft für das Sammeln von Modellautos. Mit liebevoller Hingabe kümmert er sich um seine Kinder und ist durch seine Freundschaft mit Sandra und Tino zur Teilnahme an der Sozialdokumentation gekommen. Trotz der Trennung von der Mutter seiner Kinder, die ebenfalls in der Sendung zu sehen ist, und den beschränkten finanziellen Ressourcen ist es Carstens oberstes Ziel, dass es seinen vier Kindern an nichts mangelt. Carsten hat schwere Zeiten durchlebt, wie jüngst in einer Episode der RTLZWII-Sendung zu sehen war. Sein ältester Sohn Jusay erhielt die niederschmetternde Diagnose eines Gehirntumors. Ein Schock für die gesamte Familie. Der Achtjährige hatte zuvor über Kopfschmerzen und Sehstörungen geklagt. Jusay musste sich einer Operation unterziehen und wurde anschließend zusammen mit Carsten in eine Reha-Klinik aufgenommen. Carsten von »Harz und Herzlich« ist neu verliebt und berichtet von Missgeschick auf seiner Hochzeit. In den neuen Folgen »Harz und Herzlich« schwärmt Carsten von seiner neuen Partnerin Antje. Gemeinsam verbringen die beiden einen romantischen Abend beim Asiaten, und dabei wird es auch ein wenig peinlich für den Rostocker. In vertrauter Zweisamkeit berichtet Carsten über einen peinlichen Fauxpas auf seiner ersten Hochzeit. »Ich hab Jenny, meiner ersten Frau, den Kopf an den Türrahmen gehauen, voll gegen den Türrahmen geknallt«, verrät er seiner neuen Partnerin Antje und muss dabei laut lachen. »Wer sein Missgeschick scheinbar gar nicht lustig fand, war seine Braut. Das ist passiert, als ich sie über die Türschwelle getragen habe. Sie fand es überhaupt nicht witzig«, erklärt Carsten kichernd. »Harz und Herzlich«, in Rostock, Carsten und Antje sind unzertrennlich, das zeigen sie auch auf TikTok. Trotz der schweren Schicksalsschläge in Carstens Leben, gibt es erfreuliche Neuigkeiten zu verkünden. Die Beziehung mit der Mutter seiner Kinder hat sich nicht bewährt, und sie leben nun getrennt. Doch mit einer neuen Frau an seiner Seite scheint Carsten das Glück gefunden zu haben. Liebe liegt in der Luft. Das Date im Restaurant hat sich für die beiden auf jeden Fall gelohnt. Neben der netten Gesellschaft und viel Spaß hat das Paar auch noch das gute Essen genossen. Carsten ist überglücklich mit seiner Antje, das Liebesglück zeigt er auch in den sozialen Netzwerken. Auf TikTok macht der »Harz« und »Herzlich« Protagonist der neuen Frau an seiner Seite ein süßes Liebesgeständnis. Dafür hat sich der Familienvater außerdem ziemlich in Schale geworfen. 4 12 13 15 20 22 23 23